Herzlich willkommen, Leute, zurück bei Overwatch. Zusammen mit Nils diesmal und mit Nephi. Hallo. Hallo. Warte mal, ist das Verbleiben der Wartezeit? Da ist, glaube ich, noch ein Platz frei bei uns, oder? Ja, wir müssen noch einen warten. Aber sobald einer drin ist, geht's halt los. Wenig Team-Schaden, sagt er hier. Hattest du auch gerade ein Déjà-vu? Ja, jetzt. Machen Sie sich bereit zum Angriff. Ist halt nett, dass Blizzard einen die Spiele dann noch vorher auf der Map rumlaufen lässt. Keine Tanks, ist ja wohl klar, wenn wir nehmen. Brauthog? Brauthog, nicht D.Va? Eigentlich wollte ich D.Va, ich hab mir verklickt, aber jetzt spiel ich mit Brauthog. Oh, ich hab gestern eine traumhafte Runde mit D.Va gemacht. Bist du ja auch D.Va? Bin ich auch eben. D.Va ist auch so ein Charakter, den ich nicht gut kann. Ja, wer kann den halt nicht? Einmal die Maustaste gedrückt haben und ums und vor und zurück gehen. Ich hab ihn noch nie gespielt, aber ich weiß nicht. Ich finde, ein bisschen muss der Charakter auch cool aussehen. Und dieser fette, klobige Roboter in pink tut halt irgendwie nicht so. Aber das, was drinsteckt, sieht gut aus. Das ja, aber das soll man ja nicht sehen, wenn man's richtig macht. Nee, aber gerade wenn ich den Anzug nicht anhab, mach ich die Kills, weil ich zu schnell bin mit der. Wenn ich den Anzug nehme, dann warum spielt's ja nicht Tracer so wie Nils? Echt mal, Tracer ist doch eine Million mal besser als D.Va ohne Anzug. Mit Tracer bin ich nicht so gut, ey. Ja, aber Tracer musst du halt... Weil D.Va hat den Vorteil, wenn du mit D.Va schießt, kannst du extrem lange schießen ohne nachzuladen. Tracer muss ja alle zwei Sekunden nachladen. Ja, aber die kann halt auch alle zwei Sekunden nachladen. Ja, gut, das stimmt. Und D.Va, die hat... Ja, bitte. Boah, ich kann hier hoch? Wie geil ist das denn? Kann ich auch, warte. Außen rum. Mal gucken, was der letzte Typ nimmt. Der schwimmt, wenn er wenigstens irgendwas nimmt. Gerade hat er D.Va gelegt, ja. Ich kann mit dir pushen, wenn wir zusammen gehen. Die ist in Fall mega schnell. Ja komm, lass hier außen rum gehen. Okay. Hast du, hab ich mit Goro auch schon gemacht. Soll ich Speedboost geben direkt? Ja, klar. Hau rein. Okay, warte. Alles klar, ich bin durch. Und zurück. Weg hier. Ja, jetzt einfach ein bisschen... Da ist der Sniper, das ist halt... Oh Gott. Das ist ne Widowmaker auf jeden Fall. Ich bin durch. Aber jemand hat mich, äh, kommen sehen. Bitte, mir ist ein Junkrat. Und Scheiß. Ah, den Zenyatta haben die auch? Ja, den hatten sie. Ah, T. Ich kümmere mich um, äh... Ah, voll ne. Wann haben wir denn Sojuus denn die 6? Ja, vom... Gewechselt gerade. Ah, scheiße, ich bin eingefroren. Nee, der ist endlich mal reingegangen, glaube ich, ins Spiel. Ja, der ist jetzt da. Luscio ist auch so'n Charakter, den Nifi ganz gerne hat, ne? Luscio ist auch geil. Findest du noch so... Da vorne ist... Ja, da vorne ist... Sexy, oder? Alter, was? Irgendwo krieg ich immer... Ist er... Ist er blind und sieht die Tracer hier im Dings nicht? Ich hab sie, also... Ja, aber der... Der Reaper nicht. Vorne ist ne Mei... Ah... Hast du ne Mei? Die schnapp ich mir einfach. Acht. Junkrat gammelt vor unserer Base rum. Ja, soll er machen. Wir sind doch... Wir sind gleich am Spot. Gehen wir hinten rum am Spot. Da hast ne... Ne Widowmaker. Ja, ja. Hab ich. Aha! Jetzt ist die Achterbahn! Ich bin tot. Ah, der Zenyatta hat seine... Ah ne, es war Junkrat. Alter, geht mir Mei auf den Sack, ey. Der Tracer campt unseren Spawn. Das machen die Tracers gerne. Das hatten wir letztens auch. Mhm. Ist das vielleicht dieselbe? Ne. Äh... Ne, Olivier. Olivier. Ulti von Dings. Ja, da fährt sie. Fährt rund. Sie kommt zurück, sie kommt zurück. Ja. Ich bin am Spot. Ja. Vielleicht komm. Ich werde aber go one-eated von... Ach, klar. Gebt ihr Heal. Wart, wieso treff ich denn nicht mit meinem Hook? Das ist doch nicht wahr. Ja, wir haben noch... Nice. Da ist die Mei. Mei ist tot. Mei ist down. Du bist hot bei euch. Hast du den Heal wieder an? Ja, Farrah, Farrah. Ja, Farrah, die Heal ist an. Soll ich einmal an? Da ist ein Junkrat. Der ist tot. Ich bin tot. Egal, wir sind im Spot. Wo ist die Farrah denn da oben? Bleib auf dem Spot. Bleib auf dem Spot. Bleib auf dem Spot. Pass auf, geh weg. Ulti, ich kann nicht weg. Oh, okay. Und zurück, Uro. Ne, ich muss gedodged. Aber es sind zu viele Leute da. Spot ist noch auf der Fall. Ah! Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ich bin tot. Vielleicht soll ich einen anderen Tank nehmen. Das ist schon ganz gut. Das ist schon ganz gut. Schwächsphäre, ey. Ja, wobei es wirklich ganz gut ist. Aber wir haben noch zwei Minuten, um das Ding einzeln, weshalb wir hinkriegen. Ja, die sind alle am Spot gerade. Ja, wenn wir... Guck mal, einer ist tot. Der in Deva. Und jetzt... Der Rest kann ja nicht viel. Bis auf Senjata. Ich werd mal... Pass auf. Ich werd wechseln auf Farrah. Auf... Weil die haben halt, ähm... Kein... Kein Turret oder so. Komm, lass die Maillmann. Alter, die fucking Maillmann! Ja, Maillmann. Ihre Ulti, ihre Ulti, ihre Ulti. Ja, ich wollte dich verwechseln. Ich auch, wir toten. Ja. Aber Maill war da. Ich wechsel, glaub ich, mal auf Mercy. Mercy Hospital. Achtung, da kommt ne Junker-Vulti. Ja. Oh, der kann ganz schön weit fahren vom Dings, ne? Mhm. Sag mal irgendwie, wenn ihr da seid oder so. Ich bin bei deinem Spot. So, gleich da. Jetzt um die Ecke. Wir kommen jetzt am Auto. Ja. Geht da. Okay. Auf geht's. Ich bin down. Ah, scheiße. Ja, du bist down. Das hab ich gesehen, leider. Zenyatta tot. Die war raus. Ich war halt vor der... Ich bin auch tot. Egal. Soldier, geh drauf! Soldier, geh drauf! Okay, noch 40 Sekunden. Soldier, bleib auf dem Spot, Mann! Ihr müsst auf dem Spot bleiben. Soldat! Geh drauf! Das ist nicht unsere... Oder? Nein! Nee, das bin ich leider. Hilfe! Ich konnte... Ey, der Soldat ging auch nicht auf dem Spot. Der hat sich immer verkrümelt. Ich geh jetzt auf dem Spot. Ich bin da. Jetzt haben wir zwei Soldiers. Jetzt explodiert sie nochmal. Hab die Ulti überlebt? Das schaffen wir nicht. Ich bin am Spot. Ah, ist wieder keiner hier. Ja, ich bin tot. Ich bin Mercy. Ich bin gerade extrem langsam. Scheiße. Zehen Sie, komm, das kriegen wir hin. Nee, jetzt nicht mehr. Wir müssen On-Spot sein, damit wir Overtime kriegen. Ja, bin ich nicht. Das können wir vergessen. Der Soldier ist noch drauf. Der Soldier ist drauf. Der Soldier ist drauf. Ich bin drauf. Okay. Bist du tot? Nee, ich leb noch. Ich brauche einen, auf den ich healen kann. Da, Soldier. Komm mal. Nein, Soldier ist down. Ich bin down. Ich bin drauf. Jetzt bin ich tot. Warte, pass auf. Oh, Schaden. Schade. Da wäre was drin gewesen. Ah, der Soldier ist doch da. Der Soldier ist da. Der Soldier ist da. Oh, wie knapp das war. Ich habe gerade noch auf Divac gewechselt, damit ich mehr tanken kann da hinten. Scheiße. Highlight des Spiels. Ja. Ey, die war gut, ey. Nervige Frau, ey. Sieht aus wie Dalu. Ach ja, der Ulti da, als wir uns beide eingefroren haben. Sieht aus wie Dalu. Kongoro. Nice. Der merkt sich auch, wenn man einen Spieler einmal positiv bewertet hat, ne? Man muss das nur einmal machen. Jawoll. Informationaler sozialer Einfluss. Episch. Oh, noch einer. Komm, da geht noch Legendary. Jetzt willst du aber zu viel, ey. Ja, da kamen dann wieder zwei Soldiers von uns, das war wieder unnötig irgendwie. Das ist, wenn das Team halt... Ehrlich. Überhaupt nicht darauf achtet, was man gerade so unbedingt besser machen könnte, ne? Ja, zum Ende hin ist es ja gar nicht so doof, um nochmal schnell hinzukommen. Aber fürs Team ist es schlecht. Ja. Und du gewinnst das Spiel halt nicht durch Schnelligkeit, sondern meistens durchs Team. So, das kannst du jetzt nochmal als Verteidiger. Ja. Oh, Verteidigung ist gut, ey. Dann nehm ich den hier. Dann nehm ich Genji, weil der einfach so kacknervig ist. Ja, Genji ist auch, wenn du den... Wollen wir noch nen Tanki und nen Hi- Ja, oder Uro nimmt den Support. Ist auch gut. Mit der kannst du ja schön nervig sein, mit den Türen. Thanks, Love. Hallo. Komm, wir haben wieder eins zu wenig. Zwei zu wenig. Komm gleich noch. So geht's ja gar nicht los. Wir warten noch. Nee, aber... Trotzdem kann man das Team ja schon mal ungefähr zusammenstellen. So, ich sehe einen McCree. Einen Tracer hinten sehe ich. Einen Genji sehe ich. Einen Tracer sehe ich. Einen Soldier sehe ich. Ahoga! Wir sehen alle jetzt mittlerweile. Aber die haben ihr Team so zusammengestellt. Da müssen wir natürlich noch mal wechseln. So, jetzt haben wir alle. Okay, wir haben schon mal einen Torwartspieler und einen Freibling. Okay, das war's. Einen Tank brauchen wir noch. Ja, der war Tank gerade. Der hat Roadhog gespielt. Wieso nimmt Terramine denn jetzt einen Genji? Ich verstehe die Leute manchmal nicht. Ich finde es nicht schlimm, wenn man lieber den Champion nehmen will, mit dem man besser spielen kann. Besser kann, ne? Oh, warte. Jetzt wechselt er noch mal? Jetzt hast du Dings genommen. Ja, ja. Ich wechsel jetzt mal auf Hanso, damit er vielleicht... Ah, ne. Okay, er nimmt den Sniper. Okay, dann nehme ich Diva. Ich hab Symmetra. Darf der andere sich gerne aussuchen. Ja, ist egal. Wir haben ein gutes Team jetzt schon. Ach, der geht dann. Oder er liefthalm. Könnte von mir aus noch einen Junkwit gebrauchen, aber der... Würde ich auch selber spielen, aber... Ja, aber dann haben wir keinen Offensiven. Wann? Was ist denn los da? Ja, aber ich bin... Will nicht spielen. Ich hab mich angemeldet, aber ich will nicht. Ich bin im Spiel drin. Den haben wir gar nicht mitgekriegt. Mami, ich kann grad nicht. Ich muss spielen. Essen ist fertig. Ah, ich hab mich grad in Overwatch eingeloggt. Ja, alles richtig gemacht. Ja, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ich liebe das, ey. Ich hasse solche Leute. Was spiel ich denn? Ja, ein Sniper ist nicht schlecht. Haben die schon eine Widowmaker? Ah, dann nehm ich noch eine. Ich hab mal eine Idee. Zwei Sniper, damit rechnen die nicht. Das ist genau mein Ding. Ich spiel nur Sniper. Oh, ich hasse die Leute, ey. Oder wenn sie alle Reaper nehmen, ist auch immer schön. Weil ich weiß auch nicht, was... Aber guck mal, wo die sich hinstellt. Das find ich auch an. Was in solchen Leuten vorgeht manchmal. Sicherheitssystem wird eingerichtet. Ui. So denken die, die tun damit jemandem gefallen oder so. Wo seid ihr, Jungs? Ich steh neben dir. Achso. Ja, ich hab den hier in der Freundin. Doch, ich hab den hier in der Freundin. Doch, ich hab den hier in der Freundin. Wieso wirst du mir nicht grün angezeigt? Weil du... Ich weiß es nicht. Vier. Drei. Zwei. Eins. Du wirst mit grün angezeigt. Weil wir mit Goro auch grün angezeigt. Hat er dich? Nee. Statt, den hol ich mir jetzt. Den holen wir jetzt hier. Den holen wir jetzt hier. Ah, der hält sich. Ah, scheiße. Den holen wir trotzdem. Mach drauf, mach drauf, halt drauf, mach drauf. Der hat mich gestern. Ja, hab ihn. Achso, guck mal hier. Genji. Kommt noch ein Genji. Den hast du, den hast du. Der ist fast auf. Jawoll. Nicht bewegt. So, nächster bitte. Wollen wir hier ein bisschen Ärger machen, ey? Ja. Kommt da wieder. Ich bin wieder down. Komm, fang ich. Ja, der wollte mich... Ah, der verkackt. Der heilt sich, der heilt sich, der heilt sich. Oh, fuck. Okay. Ist down. Da ist ein Lucio. Okay, ja, lass mal weggehen, ey. Das kriegen wir ja nicht. Den kriegen wir. Hier, der ist down, der ist down fast nicht. Warte. Nein! Ja, hab ihn, hab ihn. Aber ich hab ihn zu 100% gekriegt. Geil. Das geile ist, man hat in der Killcam gesehen, wie ich meine Ulti gezimmelt habe. Aber der Cooldown hat sich aktiviert. Das bedeutet, ich hab sie immer noch. Ja, das ist zwar geil, wenn das funktioniert. Boah, da sind die alle drei in meine Höhle reingebracht, ey. Das ist meine geile... Hast keinen erwischt mit dem Turm, oder was? Ich? Zwei schon. Tot. Alle links. McQueen kommt von links. Ich glaube, ich nehme... Oh, das wird Play of the Game, Bitches. Ich sag's euch. Oh, das wird Play of the Game. Ich hab's gesehen. Rotor Kinter hinterm Spot. Zündet Ulti. Voll nice. Tot. Ich glaube, ich wechsel gleich zum Widowmaker. Ich glaube, das ist ein gutes... Das wäre ganz gut. Der Tracer kommt. Tracer down. Genji kommt. Genji down. Ja, es ist ein wenig zu fahren. Ah, kein erwischt, schade. Huahahahahahaha. Huah. 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 Bullshit kommt. Wuhuu. pin Heute hat er den Heel an. Den kriegst du nicht down. Also, ich zumindest nicht. Er soll... Aber er kriegt nicht easy. Was da... es ist da, oder? Oh, fack. McQueen hat mich gestersetzt. Ha'f, McQueen hat mich gestern. Das war kackt. Links, die kommen alle von links. Wir haben den Sniper. Der Widowmaker, die Sniper hier gerade rum. Oh, feindliche Lucio Ulti. Oh, gerade so. Alter. Ich hab dich gerade gediensteten. Ja, ich hab's gemerkt. Oh, weg hier. Oh, der Lucio ist bald down. Sicherheitssystem knapp 10. Heiße, das ist die Heal, ey. Weeper? Achso, das ist der freundliche. Hast du den Raum da ausgeschmückt, Gorob? Nee, den haben sie wieder kaputt gemacht. Oh! Ja, kein Problem. Ah, ich bin down. Ich bin down! Nein! Verdetta! Warthog von hinten, Warthog von hinten. Von hinten, von hinten! Oh Gott! Mach Ulti an, ist tot. Ja, kein Problem. Oh, nice. Aber der Shield heilt nicht, Gorobo. Ich weiß. Ja, weil du immer sagst, der heilt. Nee, macht er nicht. Ja, gut. Hab ich noch nie, hab ich noch nie gesagt. Lässt mir wieder Sachen im Mund hier. V-Punktum-Camp, wo ist denn einer? Ach da! Will ich gar nicht im Mund haben, deine Sachen. Lushu ist in... Fuck! Genji ist ja so fragwürdig, find ich, der Charakter. Der ist ja so scheiße stark. Wer? Genji? Ja. Ja, mit dem musst du aber relativ genau zielen können. Ja, aber selbst wenn einfach dieser Reflektor ist sowas von OP. Ja, aber den hast du... Ja gut. Aber der hat zu wenig Cooldown, find ich. Aber er hat schon recht damit, dass er so umstritten ist. Ja, mit dem Genji kannst du halt sogar den Hook von Roadhog blocken. Das ist mega dumm. Also, der... Der Porter ist leider down. Oh, schnell dahin. Ich komm da nicht hin. Die werden den Punkt einnehmen. Nein, ich bin da! Er hat mich! Ah, die holen mich! Machen mich alle zusammen! Boah, passt doch! Guckt's euch an, Leute! Jetzt! Zack! Schlitz! Und nein! Und komm her, Junge! Und ich krieg Assists! Ich hab die Assists gekriegt! Vielleicht krieg ich das Play of the Game, weil ich die Assists gemacht hab. Ich hab auch jeden Kill davon. Fünfer-Kill-Street, Leute! Also... Ja, das heißt ja nicht. Ich wehe, das Play of the Game kloppen. Aber das war nicht so krass wie das gerade. Das mach ich, das ist meins. Teleporter ist der Streck, die sind hinten. Ja, warte, die haben... Die haben ja zwei Zonen. Ist das unser? Ich bin tot. Ist der Teleporter da? Der Teleporter ist nicht da, der ist der Streck. Da ist er. Egal. Hinter uns! Zwei Soldier hinter uns! Schlängerung. Mach die Soldier down, dann haben wir gewonnen. Komm nicht ran! Wird tickt. Hab ihn! Ah! Yes! Hab den besten Kill gemacht! So, das Play will ich aber haben, ey. Bin gespannt. Ah! Ich hab den letzten Soldier noch gemacht, ey. Lass mich jetzt kriegen. Verdammt! Das erste war schöner, das erste war schöner. Vielleicht ist es sogar das erste. Der erste. Der erste. Der erste. Der erste. Jetzt gehst du da hinten drauf rein, da links. Das war echt nice. Ja, okay, 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 okay. Muss man... Kann man mal neidlos gestehen? Komm, gib mal her, gib mal her. Den kriegst du auch. Den kriegst du auch. Okay, kriegt er. Komm, informationale, soziale Ansätze, Leute. Bitte. Nein! Nein, Mann! Nein! Oh, wenn er jetzt episch kriegt. Oh! Einer... Ne, sind alle weg. Alle Votes weg. War nur noch neun. Ach, scheiße. Schade, Nils hätten es gekannt. Ja, mach mal was. Leute, ne? Also, wenn ihr auch so ein geiles Gameplay sehen wollt, wie das von Nils, dann lass doch mal einen Daumen da und wir sehen uns im nächsten Part, ne? Also bis dann. Tschö.